Wir sockeln erstmal das Schild und ja. Haha, das liebe ich an FLYVE. Wenn du denkst, so ja, jetzt ist alles so für dich, äh, es ist alles so vorbestimmt, dann findest du einfach noch einen Weg, wie man das Ganze irgendwie noch besser machen kann. Drei Sockel, vier Sockel wären gut. Vier Sockel, oh, gut, super, 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 ähm, mhm, 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 all that, was gibt's sonst noch hier? Äh, nein, falsche Karten. Ups. SCR Attack, ja, ganz normale, ganz normale Earth Cards einfach rein. 34kp, ja. Ist halt nicht schlecht. Dann abnimmt man auch schnell das Set. Da bin ich mal gespannt, was das gleich bringt. Ich überlege gerade erst mal bloß 8 oder bloß 10. Also, bloß 10 könnte man eigentlich locker erreichen. Oder? Naja, nicht locker, aber wir machen nur bloß 8. Na komm. 7,5% auf bloß 8, warte mal, das ist weniger als sonst. Oder? Bloß 8 hat nochmal 10% sonst. Oh, wow, wir haben so viel Pech wieder. Come on. Gut, bei so viel Pech wird's echt schwierig. Auf 7 instant, okay. Jetzt kommen die auf bloß 8. Ah, 30, 30 Tries für ein Guaranteed Success. Und wir haben da wieder nur Pech. Come on, 7,5%. Das gibt's doch nicht. Ja, es fällt halt alles durch, super. Ich hasse mein Glück. Wobei, Pads zu machen ging es immer ganz gut. Von dem her, naja. Und jetzt wieder nur Pech. Oh, come on. So, plus 7. Geht aber jetzt einfach plus 8? Ja, plus 8. Super. So, nächstes Teil. Ja, lassen wir einmal durchlaufen. Plus 6, plus 7. Das fällt wahrscheinlich jetzt durchgehend, oder? Ja, okay, super. Immerhin. So. 33, 35, 4k HP. Jetzt haben wir 2% mehr HP, 2 mehr All-Stats. Ja, der Rest ist eigentlich ziemlich irrelevant. Okay, bisschen mehr HP und so. MP, HP, FP. Okay, not bad. Not bad. Ähm, wie viel kosten die anderen Scrolls? Achso, haben wir noch irgendwie... Wir haben sogar Scroll auf X-Protect. Ah, shit. Wir brauchen haufenweise... ... Shinies dafür. Haben wir Shinies? Wir haben... Oh, wir haben Shinies, lol. Wir haben einige Shinies. Save Upgrade. Oder sollten wir lieber nur ein Deer ersetzen? Haben wir Deers? Ähm, ein Deer. Fuck. Ja, komm, scheiß drauf hier. Wir atmen es trotzdem. Ähm, plus 9. Ach, Ulti plus 20 gibt es sogar. 1,4% ist die Chance. Das ist so eine epische Geldverschwendung jetzt für uns. Ja, verschwendet man einfach. Die Scrolls ist effektiv. Shit. Ist es wahrscheinlich nicht schlau, was wir gerade machen? Oh, es war schlau. Es war absolut schlau. Ich weiß nicht, wie viel Attack das gerade gebracht hat. Keine Ahnung. Ähm... Welche NPC war das gleich? Äh, I will set things here. Hä? Lol. Oh, was es plus 20 gibt? Äh, bis es plus 20 gibt, bringt das ja gar nichts. Oh, fuck. Okay, ist es noch eine Geldverschwendung? Shit. Mist. Okay, nicht bedacht. Hm, okay, das war jetzt dumm. Ach ja, genau. Und, äh, hier gibt es die, die Elementkarten. Habe ich kaum nicht vergessen, irgendwie. Es hat noch gar kein Element drin, oder? Äh, nein. Lol. Fuck. Das kostet eine Element, äh, Äh, Eletrange. Sind die günstig? Ja, einigermaßen. Okay. Ah. Zwei Minio. Okay, das kann man uns leisten. Machen wir zwei auf und kaufen irgendwas auch 100 Stück. Okay, so. Save, upgrade. Hm, genau. Also bloß 10 ist auf alle Fälle das Ziel. Äh, also. Funktioniert schon mal super. Sechs Prozent ist die Chance. Okay, es wird teurer als gedacht. Fuck. War die Idee schlau? War die schlecht? War die gut? Bin mir echt nicht sicher. Hm. Plus neun. Ah, shit. Jetzt. Okay, also jemand meinte mal zu mir, ähm, es ist nicht so teuer auf plus 20 zu upen. Oder, ne, nicht auf plus 20, auf plus 14, plus 16 oder so. Also, das kann ich jetzt absolut nicht teilen, die Meinung. Holy shit, das ist ja übel teuer. Das waren's fast zwei Pärchen, die wir raus haben. Wir haben nicht mal plus, plus, also, naja, zwei Teile von plus 8 auf plus 9 bisher. Und wahrscheinlich wird's auch nicht mehr mehr als das. Oh, leu. Okay. Drei Teile von plus 8 auf plus 9. Aber es war's sonst auch wirklich endgültig. Boah. Also, auf plus 16 brauchen wir doch mindestens, keine Ahnung, 30, 40 Pärchen, oder? Also, ich weiß nicht, wo das halt nicht viel sein soll, keine Ahnung. Einen machen wir noch auf. Machen wir irgendwie 40 Tries, keine Ahnung. So viel Stuff, die ganze Zeit, man. Hm. Plus 9, machen wir's noch plus 10, das eine Teil. Aber ja, das ist wirklich... Plus 11, lol. Ist auch okay. Ich bin hier wirklich nur Unlucky? Oder war ich grad einfach echt nur Unlucky? Oder war ich grad einfach nur Unlucky? Aber ich glaub nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jetzt, dass man's günstig werden kann. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, wow. Ich beschwör mich einmal, schon funktioniert's. Ja gut, dann schaffen wir bloß 10 doch noch, vielleicht. Hm. Nein. Ah, ich hasse es. 24 Tries, okay. So, jetzt kommen die Blöder Helme. Ich will's nicht noch in Perien öffnen. Okay, super, bloß 10, da ist das Ding. Nice. Okay, es hat sich doch gelohnt. So, dann haben wir 20,2 Kitek, war das gerade, und 36 Kitek. Wir haben jetzt 2% mehr HP, mehr Additional Damage, 2 Allsets mehr. Speed, ein bisschen mehr HP, MPFP. Okay. Ja, okay. Es bringt es nicht wirklich die Welt, aber trotzdem ist es okay, finde ich. Ja, okay. Gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.